Ich bin bereits das vierte Mal hier beim Tag der offenen Türen Börsen Verlag. Die Atmosphäre ist familiär, sie ist angenehm, ist also wirklich sehr entspannend auch hier. Bereits seit vielen Jahren. Ich bin also Abonnent und Kunde vom Börsen Verlag schon seit vielen Jahren und ich handle nicht immer 100% danach, aber die Empfehlungen sind ausgesprochen gut, um seine eigene Meinung zu bilden und danach zu handeln. Auf jeden Fall. Ich kann ihn nur weiterempfehlen aus verschiedenen Gründen. Einer der Hauptgründe ist, da der Börsen Verlag natürlich die unterschiedlichsten Börsenbriefe hat für die unterschiedlichsten Anlegertypen. Das heißt, für jeden ist etwas dabei. Für jeden Anleger ist etwas dabei, nachdem er handeln kann und auch sich Informationen besorgen kann.